Unser Gartenhaus mit Schlafboden Bruno 1 kann auf einer Grundfläche von nur 4 Multiplikationszeichen 5M gebaut werden. Es bietet jedoch 19 Quadratmeter Platz im Erdgeschoss und der obere Schlafboden bietet eine zusätzliche Möglichkeit für zwei Schlafplätze und oder zur Aufbewahrung. Dieses hochwertige Blockhaus aus 70 mm starken Holzstämmen eignet sich hervorragend als eigenes Gästehaus für Familie und Freunde oder als Ferienhaus zur Vermietung auf einem Glampinggelände. Zusätzlich zu den extra starken Wandstämmen verfügt unser Standard-Blockhaus auch über hochwertige doppelt verglaste Türen und Fenster, um eine gute Wärmedämmung zu gewährleisten. Mit unseren optionalen Dach- und Bodenisolationssets sowie einem leichten Heizsystem kann dieses Blockhaus das ganze Jahr über in den meisten Teilen Deutschlands und Österreichs genutzt werden. Das ist eine Maschinen. Das ist eine Maschinen. Untertitelung des ZDF, 2020